Was ist eine gute Frage, ist auch sehr schwer zu beantworten, weil wahrscheinlich ein Großteil der Mitbewerber sagt, das machen die genauso. Aber aus meiner Sicht würde ich sagen, wir sind sehr freundlich bei uns. Also durch die ganze Sportschule ist der Umgangston besonders freundlich und nett und kundenorientiert, ohne aber dabei den Fokus auf die Kampfsportausbildung zu vergessen. Wir sind ja eine Kampfsportschule. Ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, der ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, plus natürlich die Größe und die Vielseitigkeit, wo wir 130 Kurse in der Woche haben. Also auch das werden so viele Mitbewerber nicht anbieten. Ich glaube in Hamburg keiner. Also das würde mich sehr wundern. Und auch das, diese Vielseitigkeit, die ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Also das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Untertitelung des ZDF, 2020